Hey, schön, dass du wieder da bist. Bisher haben wir Brüche kennengelernt, die alle kleiner als 1 sind. Also Brüche wie ein Viertel, ein Drittel oder drei Viertel. Diese Brüche zeigen immer einen Anteil von einem Ganzen. Ein Viertel von einer ganzen Schokoladentafel, ein Drittel einer ganzen Pizza oder drei Viertel einer ganzen Stunde. All diese Brüche haben gemeinsam, dass ihr Zähler kleiner als ihr Nenner ist. Heißt, die Zahl oben ist kleiner als die Zahl unten. Man nennt diese Brüche auch echte Brüche. Echte Brüche? Heißt das, es gibt auch unechte Brüche? Ja, es gibt tatsächlich auch sogenannte unechte Brüche. Das sind Brüche, bei denen der Zähler größer als der Nenner ist. Heißt, die Zahl oben ist größer als die Zahl unten. Zum Beispiel fünf Viertel oder dreihalbe. Und da die Zahl oben größer ist als die Zahl unten, zeigen diese Brüche mehr als ein Ganzes. Sie sind also größer als 1. Da es aber verdammt schwer ist, sich solche unechten Brüche als Menge vorzustellen, kann man diese in sogenannte gemischte Zahlen umrechnen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das hier wäre eine solche gemischte Zahl. Ein, ein Viertel oder auch das hier, eineinhalb. Hier wurden quasi eine ganze Zahl und ein Bruch miteinander gemischt. Deshalb nennt man das Ganze gemischte Zahl. Das Tolle daran ist, dass der Anteil, der größer als ein Ganzes ist, direkt getrennt vom restlichen Bruch aufgeschrieben wurde. Bei eineinhalb Stunden Wartezeit sieht man quasi direkt, dass eine ganze Stunde und noch eine halbe Stunde vergangen sind. Sehe ich also so eine gemischte Zahl, ein, ein Viertel, kann ich mir relativ einfach etwas darunter vorstellen. Bei dem unechten Bruch fünf Viertel sieht das schon ganz anders aus. Da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie viel das sein soll. Ihr etwa? Ich behaupte jetzt, dass ein, ein Viertel genau das gleiche ist wie fünf Viertel. Aber wie kommen wir jetzt vom unechten Bruch fünf Viertel auf die gemischte Zahl ein, ein Viertel? Schauen wir uns das Ganze doch mal wieder an einer Pizza an. Hier haben wir fünf Viertelstücke Pizza. Um besser zu sehen, wie viel Pizza das ist, versuchen wir doch mal die Pizza wieder zusammenzubasteln. Vier Viertelstücke Pizza ergeben wieder eine ganze Pizza. Also vier Viertel ist ein Ganzes. Übrig bleibt noch ein Viertelstück Pizza. Insgesamt haben wir also eine ganze Pizza und ein Viertelstück, also ein, ein Viertel Pizza. Der unechte Bruch fünf Viertel ist also als gemischte Zahl ein, ein Viertel. Was genau ist da gerade passiert? Hier haben wir unsere fünf Viertel. Will ich jetzt einen unechten Bruch als gemischte Zahl schreiben, muss ich herausfinden, wie viele Ganze in dem unechten Bruch drinstecken. Im Nenner steht hier jetzt eine Vier. Ein Ganzes sind also vier Viertel. Will ich jetzt wissen, wie viele Ganze in fünf Viertel stecken, muss ich überlegen, wie oft passt die Vier unten aus dem Nenner in die Fünf oben in den Zähler. Die Vier passt einmal in die Fünf, also schreibe ich mir eine Eins auf. Einmal vier ist vier. Von der Vier bis zur Fünf bleibt noch eins übrig. Die Eins schreibe ich in den Zähler. Und in den Nenner schreibe ich wieder die Vier. Fünf Viertel sind also als gemischte Zahl ein, ein Viertel. Natürlich geht das auch in die andere Richtung. Hier haben wir zweieinhalb. Stellen wir uns das als Pizza vor. Wir haben also zwei Pizzen und eine halbe Pizza. Und die sollen nun in einen unechten Bruch umgewandelt werden. Bei den Pizzen heißt das, wir wollen wissen, wie viele halbe Pizzen wir insgesamt haben. Also schneiden wir die beiden ganzen Pizzen einfach jeweils in der Mitte durch. Dann haben wir nur noch halbe Pizzen vor uns liegen und können die einfach abzählen. Insgesamt haben wir also fünf halbe Pizzen, was fünf halbe sind. Schauen wir uns noch einmal an, was da gerade genau passiert ist. Wir haben die zwei Ganze in halbe umgewandelt. Da es um halbe geht, ist ein Ganzes zwei halbe. Und zwei Ganzes sind dann doppelt so viel, also vier halbe. Zu den vier halben kommt jetzt noch das übrige ein Halb dazu. Insgesamt haben wir dann fünf halbe. Hui, das war jetzt aber ganz schön viel. Falls du noch nicht alles verstanden hast, spring einfach noch einmal an die entsprechende Stelle im Video und schaust dir noch einmal an. Falls du schon alles gecheckt hast, leg am besten gleich mit den Übungsaufgaben zu diesem Abschnitt los. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Viel Spaß.